Was zum Teufel? Schön, dass sich so viele hier eingefunden haben. Je mehr, desto besser. Arschloch! Gleich wird dir dein Lachen schon verkehren. Kehn! Also ich finde, du bist eine ganz schöne Witzfigur. Schluss mit dem Angescheiße. Ich bin nicht zum Schwatzen hergekommen. Auch gut. Bist sowieso ein langweiliger Gesprächspartner. Wird das heute noch was oder wie sieht's aus? Na dann mal los. Auf sieh! Und Schöne? Boa! Ja! Fuck. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier, ein kleines Dankeschön, Heinrich. Ich werde auf euch beide anstoßen. Das ist nett von dir. Pass nur auf, dass du nicht im Graben landest.